Die Live O'Clock ist eine Uhr, ein Kalender und ein Designobjekt. Als Uhr funktioniert sie so. Über mehrere Rollen dreht sich ein Zeitband. Mit ihm wandert das wichtigste Element des Lebens, das Jetzt, an den von Ihnen gewählten Wandmarkierungen entlang, zeigt die jeweilige Uhrzeit an und gibt uns ein Gespür für den Lauf der Zeit. Wenn Sie die Live O'Clock als Kalender benutzen wollen, können Sie sie auf eine Umlaufzeit von einem Jahr einstellen. Die Hochzeit, die Geburt des Kindes, die Büroeröffnung – alles können Sie markieren und später mit Erinnerung schmücken. Über Form, Größe und Aussehen der Live O'Clock können Sie individuell entscheiden. Live O'Clock – The Beauty of Time Die 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 Vielen Dank.